Ich fand es unglaublich interessant und innovativ, diese beiden Herren unter der Moderation von Boris Fahle zu erleben, die ja weitaus mehr an Anekdoten aus der Finanzwelt und der Politik uns präsentieren konnten, als man gemein in der Presse oder im Fernsehen erfahren kann. Boris Fahle hat mich immer wieder überrascht, wenn ich ihm Kunden zugeführt habe oder auch diese Kunden begleitet habe, durch seine ruhige, besonnene Art alles wirklich ausführlichst zu erklären. Boris Fahle ist dabei einer der kompetentesten Menschen in der Vermögensbetreuung und Anlage, die ich in meinem Leben international und auch national kennengelernt habe. Beim letzten Termin, trotz der relativ kleinen Anlagesumme, hat er sich unglaublich viel Zeit genommen, um die Beratung wirklich ausführlich und jeden Fonds erklärend vorzunehmen. Boris Fahle zeichnen in vordergründig drei Eigenschaften aus. Seine ungeheure Kompetenz und Erfahrung in Finanz- und Anlagedingen, seine ruhige, besonnene Art, seine Erklärung, die wirklich auch das letzte Tüpfelchen an Unsicherheit für den Kunden nimmt und schließlich und endlich, man mag es mir verzeihen, er nimmt als einer der wenigen in der Branche keine Ausgabeaufschläge und hat lediglich das an Verdienst, was dort ihm zusteht, nämlich das eine Prozent, was er als Vieh nimmt in der Vermögensverwaltung.